Bhagavad Gita, Vers 2.42-43 Menschen mit geringem Wissen lassen sich von den blumigen Worten der Veden betören, die ihnen verschiedene fruchtbringende Aktivitäten zur Erhebung zu höheren Planeten empfehlen, wo eine gute Geburt, Macht und himmlische Freuden auf sie warten, Da sie nach Sinnenbefriedigung und ein Leben in Hülle und Fülle begehren, sagen sie, es gebe nichts, was darüber hinausgehe. Erklärung Die meisten Menschen sind nicht sehr intelligent und aufgrund ihrer Unwissenheit haften sie sehr an fruchtbringenden Aktivitäten, die im Karma kann der Teil der Veden empfohlen werden. Sie wünschen nichts mehr als die Erfüllung ihres Verlangens, die Sinne in einem Leben auf himmlischen Planeten zu genießen, wo ihnen viel Wein und Frauen zur Verfügung stehen und materieller Umfluss selbstverständlich ist. In den Veden werden viele Opfer, darunter ganz besonders die Jyotishtoma-Opferungen empfohlen, durch die man zu den himmlischen Planeten aufsteigen kann. Es wird dort gesagt, dass jeder, der zu den himmlischen Planeten erhoben werden will, diese Opferung ausführen muss. Und Menschen mit geringem Wissen glauben, dies sei der Sinn und Zweck der vedischen Weisheit. Solchen unerfahrenen Menschen fällt es sehr schwer, die Entschlossenheit aufzubringen, im Krishna-Bewusstsein zu handeln. Wie Toren von den Blüten giftiger Bäume angezogen werden, ohne die Folgen solcher Reize zu kennen, so werden auch verblendete Menschen vom himmlischen Überfluss und der damit verbundenen Sinn und Freude verlockt. Im Karma kann der Teil der Veden wird gesagt, dass diejenigen, die sich die vier monatlichen Busen auferlegen, die Gelegenheit erhalten, den Soma-Rasa-Saft zu trinken, der sie für immer unsterblich und glücklich machen soll. Selbst auf der Erde sind einige Menschen sehr bestrebt, den Soma-Rasa-Trank zu bekommen, damit sie stark und gesund werden, um ihre Sinne nach Herzenslust genießen zu können. Solche Menschen glauben nicht an die Befreiung von der materiellen Verstrickung und haften sehr an den pompösen Zeremonien der vedischen Opferungen. Im Allgemeinen sind sie sehr sinnlich und wollen nichts anderes als die himmlischen Freuden des Lebens genießen. Es gibt auf den himmlischen Planeten, Gärten, die Nandana-Kamana genannt werden. Und dort bietet sich genügend Gelegenheiten, mit wunderschönen, engelsgleichen Frauen zusammen zu sein und im Überfluss Soma-Rasa-Wein zu trinken. Ohne Zweifel ist ein solch körperliches Glück sinnlich. Daher sind dort ausschließlich diejenigen anzutreffen, die als die Herren der materiellen Welt in materielles, zeitweiliges Glück verstrickt sind.